Hallo, mein Name ist Harald Sterli, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geografischen Institut der Universität Wien und beschäftige mich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Entwicklungsprozesse im globalen Süden und Migrationsprozesse. In dieser Lektion werden wir uns mit dem Thema Klimawandel und Migration beschäftigen. Das erste, was bei der Beschäftigung mit dem Thema auffällt, ist die Präsenz oder die Art, wie dieses Thema oft medial dargestellt wird. Wir haben Schlagzeilen wie eine Milliarde Vertriebene bis zum Jahr 2050 oder Hilfe, die Klimaflüchtlinge kommen oder oder oder. Also es ist ein sehr aufgeladenes Thema, wenn es in den Medien dargestellt wird und wir wollen uns anschauen, was ist da eigentlich dran. In der Lektion wird es also darum gehen, Begrifflichkeiten zu klären. Wovon reden wir überhaupt? Es wird darum gehen, sich mal Zahlen anzuschauen. Von wie vielen reden wir denn da eigentlich? Wir schauen uns an, welche Wechselwirkungen gibt es denn zwischen dem Klimawandel und Migration und schauen, wie komplex diese Beziehungen eigentlich sind. Wir gucken uns an, wie die Medien über das Thema berichten, welche Perspektiven es da gibt. Und wir schauen uns auch an, ob Migration nicht auch eine Form der Anpassung an den Klimawandel und an Klimafolgen sein kann.